Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur nunmehr 34. Vorlesung unserer Reise zum Ende der Welt. Und wir haben jetzt die ganzen acht Planeten durchgesprochen und sind ganz weit draußen bei einem Zwergplaneten, das ist der Pluto und der Pluto hat einen Mond. Und heute geht es nur um diesen Mond. Also der Titel ist Charon oder Caron, also ich spreche es mal aus Charon, Mond des Pluto. Und wir sind jetzt mehr als 30 astronomische Einheiten weit draußen im Sonnensystem, also weit entfernt von der Sonne. Die Erde ist ja eine astronomische Einheit entfernt und die Lichtintensität geht mit dem Quadrat des Abstandes. Also bei 30 astronomischen Einheiten und mehr, da haben wir ungefähr ein Tausendstel der Sonnenintensität. 30 mal 30 ungefähr, 1000, ein Tausendstel. Ja, das ist Pluto und sein Mond, der Charon oder Caron. Und der ist ganz nah am Pluto dran und das ist eigentlich so eine Art Doppelzwergplanetensystem. Ja, wir sind jetzt also in Kapitel 6, haben jetzt vom letzten Mal zu diesem Mal diesen Sprung gemacht, vom Kapitel 5 zum Kapitel 6. Also nicht mehr die Planeten, sondern sprechen jetzt durch, und das wird ganz aufregend, weil es gibt einen Haufen interessante Monde und andere Objekte. Wir sprechen jetzt durch Monde, Asteroiden, Kometen, ja und dann sprechen wir mal kurz über die Exoplaneten. Jetzt also sozusagen die Sonderobjekte und danach machen wir dann ausführlich die Sonne. Und das ist auch nochmal etwas für sich. Die Sonne als Beispiel der am besten bekannte Fixstern, den wir haben. Und die müssen wir schon ganz richtig genau verstehen, die Sonne. Aber erstmal jetzt die Sonderobjekte in unserem Sonnensystem. Ja, das ist das Sonnensystem, acht Planeten, wir sind hier draußen, Uranus, Neptun, also so bei 30 astronomischen Einheiten. Und hier haben wir nochmal einen Größenvergleich, dieser kleine Doppelpunkt hier, den man hoffentlich sehen kann im Video, ist der Pluto deutlich kleiner als der Erdmond und sein Mond, der Charon, auch nochmal eine Ecke kleiner als der Pluto. Also halb so groß im Durchmesser. Und um diesen Mond des Pluto geht es heute. Ja, erstmal möchte ich wieder den Leuten danken, die es uns ermöglichen, hier weiterzumachen. Ich bin ja im Augenblick in so ein bisschen einer Pause, eine mentale Pause. Ich schätze so vielleicht vier Wochen machen wir dann im Juni weiter mit Energie und Klima. Aber ich brauchte eine Pause mit dieser Serie über Energie und Klima, weil dieses ganze Getobe in den sozialen Medien, wenn man einfach mal ein bisschen Vernunft versucht reinzubringen in die Energie- und Klimadebatte, ja, das ist doch schwer erträglich, auch für die Leute, die mit mir zusammen diese Videos machen. Also erstmal die Weiterführung hier von unserer Reise zum Ende der Welt. Vielen Dank an euch Unterstützer, auch in den langen Monaten, jetzt gerade in der Anfangsphase dieses Jahres 2024. Entweder über PayPal eine dieser beiden E-Mail-Adressen oder eine der beiden IBAN-Kontonummern hier. Und da gibt es diesen QR-Code, da kann man uns ein bisschen unterstützen, damit wir dann motiviert sind weiterzumachen. Ein Euro-Konto hier, also das für Euro-Überweisung, beide Konten sind in der Schweiz. Und für unsere Schweizer Freunde hier der Schweizer QR-Code. Und jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Inhalt dieses Videos. Hier haben wir so eine ganz schöne Animation aus dem englischen Wikipedia von diesem Doppelzwergplaneten oder Doppelsystem aus einem Zwergplaneten und einem Mond. Und die Kreisen hier sehr schön zu sehen, um den gemeinsamen Schwerpunkt. Das gilt auch für das Erde-Mond-System, nur dass der Mond eben doch sehr viel leichter ist als die Erde. Und deswegen, man das Eiern der Erde, wie hier das Eiern des Pluto, das bemerkt man gar nicht so stark. Aber hier sieht man eigentlich sehr schön, dass wenn es jetzt mehrere gäbe auf dem Pluto, dann wird es eben zwei Flutberge geben. Deswegen gibt es auf der Erde alle sechs Stunden Ebbe und Flut. Weil es einmal hinten, durch den Schwung nach hinten, das ist die Fliehkraft, gibt es also ein Wasser, gäbe es, wenn es da mehrere gäbe, einen Wasserberg und nach vorne natürlich den Wasserberg, den man sofort einsieht durch die Gravitationskraft des Mondes. Also beide rotieren um den gemeinsamen Schwerpunkt. Wir sind ganz weit draußen an der Grenze zum interstellaren Bereich. Eigentlich hatte ich ja gesagt, wir sind 30 oder, ja, das ist eine starke elliptische Bahn von Pluto, also eine Ecke mehr als 30 astronomische Einheiten weit entfernt von der Sonne. Es ist sehr dunkel und wir sehen hier die Unterschiede zwischen diesen beiden Himmelskörpern auch. Nämlich, der Pluto ist sehr viel heller und das liegt eben auch an diesem Stickstoff-Eis. Das hatte ich in der letzten Folge oder in den letzten zwei Folgen näher beschrieben. Der Pluto ist also wirklich ein aufregendes Reiseziel mit Stickstoffgletschern und eingefrorenen Stickstoffseen und dann gibt es Eisberge, die auf diesem festen Stickstoff schwimmen und solche Sachen. Und es gibt eben auch eine ganz flache Ebene, wo es wahrscheinlich vor vielen Millionen Jahren mal einen Einschlag gegeben hat und diese Tiefebene hat sich mit diesem festen oder so plastischen Stickstoff hat sich damit gefüllt. Ja, und der Pluto, der Charon hier, der Mond, der ist sehr viel dunkler. Das ist irgendwie ein anderer Himmelskörper, also deutlich unterschiedlich. Und wie sich dieses Doppelplanetensystem oder Zwergplanetensystem gebildet hat, darüber hatte ich alle an Papers gelesen, aber bin zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen, ob die also sich ganz normal, wie unsere Erde auch, aus solchen Urkrümeln der Akkretionsscheibe, dieser protoplanetaren Scheibe um die Sonne im Bildungsprozess des Sonnensystems also zusammengekrümelt hat oder ob eben dieses Doppelsystem aus einem großen Einschlagereignis durch eine Kollision des Pluto, des Proto-Pluto mit einem anderen Himmelskörper entstanden ist. Ich habe da keine Conclusion, kein klaren, kein klares Paper gefunden, so ist es jetzt, sondern alle möglichen Hypothesen. Auf jeden Fall sind diese beiden Himmelskörper in ihrer Zusammensetzung und auch in ihrer Erscheinung, wie sie von außen zu sehen sind, Charon sehr viel dunkler, sind sehr unterschiedlich. Ja, hier nochmal ein bisschen genaueres Bild, das ist jetzt hier aus der Bildersammlung von der NASA, JPL, Jet Propulsion Laboratory, hier sieht man Pluto und links, ich glaube, das ist der maßstabgetreue Abstand, hier sieht man seinen Mond und das Erstaunliche erstmal an diesem Doppelsystem ist, der Abstand, der ist nur ein bisschen größer als der Durchmesser der Erde. Wenn ich jetzt hier die Erde reinmalen würde, ja, also Pluto ist ja kleiner als der Erdmond, ja, dann würde die hier also irgendwie zwischen diese beiden Himmelskörper passen, aber einen signifikanten Teil des Platzes einnehmen. Ja, die sind also sehr dicht, obwohl es in dieser Animation, wo die beiden so um den gemeinsamen Schwerpunkt rotierten, ja doch so aussieht, als wären sie weit auseinander, aber sie sind eben sehr klein. Und für so Maßstäbe in unserem Planetensystem sind die schon sehr dicht aufeinander, die beiden. Also hier eine maßstabgetreue Darstellung des Abstandes, also ich hoffe, es ist maßstabgetreu, so habe ich es also gesehen, jedenfalls gelesen und auch von der Größe her. Ja, heute geht es also nur um diesen Mond Charon und hier sehen wir so eine Aufnahme. Und diese tollen Aufnahmen von diesen extrem weit entfernten Objekten, die haben wir ja nur deswegen, weil New Horizons, diese spezielle Sonne, genau mit dem Ziel des Pluto und seines Mondes von der Erde losgereist ist. Und für die Reise hat dieser Satellit zehn Jahre gebraucht und dann hatte er nur ein paar Stunden Zeit, um diese Fotos aufzunehmen. Eine fantastische Leistung der Wissenschaftler von der NASA, die das hingekriegt haben, dass das Biest also wirklich zehn Jahre lang durch unser Sonnensystem gegondelt ist nach draußen und dann in diesen wenigen Stunden oder sogar eigentlich der größten Annäherung, da sind wir im Bereich von einer Stunde oder so, dann also ganz viele Bilder geschossen haben. Und das hier ist eben das Bild, was die Sonde dann aufgenommen hat oder mehrere Bilder natürlich von diesem Mond. Ja, der Mond, der hat schon wieder sehr interessante Oberflächenmerkmale. Also es ist keineswegs eine langweilige Eiskugel, also es ist schon hauptsächlich Wassereis, im Gegensatz zum Pluto, der hat ja einen Haufen Stickstoffeis an der Oberfläche, da muss er eigentlich auch sehr kalt sein für so festen Stickstoff und Stickstoffgletscher. Hier sagt uns die Infrarotspektroskopie, haben wir eine ganze Menge Gesteins, also Silikate an der Oberfläche, aber eben hauptsächlich Wassereis, so steht es zumindest in den Beschreibungen. Ja, die Forscher werten also die Infrarotspektren, also die Spektralanalyse des Lichtes oder also Infrarotlicht in dem Fall, was also von New Horizons aufgenommen wurde aus und aus den spektralen Features haben sie geschlossen, dass hauptsächlich hier Wassereis zu sehen ist. Ja, wir sehen hier aber auch sehr krasse Oberflächenmerkmale. Es sieht so aus, als wäre auf der südlichen Halbkugel, wäre es insgesamt flacher, aber jede Menge Kratereinschläge und auf der nördlichen sehen wir nur hinten rechts hier, also in dem Teil, da sehen wir auch viele Krater nördlich von dieser Trennlinie. Und hier gibt es also sozusagen in der Mitte des Charon, des Mondes, gibt es irgendeinen gewaltigen, planetenumfassenden, also Rückseite wissen wir nicht, aber jedenfalls sieht es so aus, planetenumfassenden, ja Bruchgraben oder sowas. Also hier ein riesiger Graben und da muss man sich darüber Gedanken machen, wie sowas entstanden sein könnte. Man kann natürlich immer mit Asteroiden oder planetaren Zusammenstößen argumentieren, aber dass da nur gerade so ein durchgehender Riss hier, so ein Grand Canyon entsteht, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Naja, hier ist es jedenfalls relativ flach. Es gibt auch allerhand Risse, aber auch jede Menge oder viele solche Einschlagskrater und auf der Nordhalbkugel sieht es ein bisschen anders aus, aber ich habe eigentlich keine Papers gefunden, wo die Leute meinen, dass die Nyd- und Nordhalbkugel so grundsätzlich unterschiedlich sind. Es kann sein, die sind gar nicht so unterschiedlich. Es sieht hier bloß so aus, weil in dem schrägen Sonnenlicht, hier geht es ja schräg, da sieht man eben die Krater besonders deutlich. Na gut, also merken wir uns, das Biest hat hauptsächlich die Wasseroberfläche. Hier sieht es ziemlich glatt aus, hier gibt es ein paar mehr Strukturen auf der Nordhalbkugel und ganz oben im Norden ist ein roter Fleck. Also der ist hier in der Aufnahme eher einfach dunkel, aber in der Farbanalyse, das zeigen wir nachher ein Bild, wo jetzt also diese Aufnahmen von dem Satelliten dann in möglichst echten Farben, das Sonnenlicht ist ja sehr matt da draußen, aber dann in echte Farben umgerechnet wird und das ist rot, also rötlich-braun. Da oben ist ein rötlich-brauner Fleck und dann gibt es, als New Horizons vorbeigeflogen ist, dann konnte es einen kurzen Blick auf den Südpol werfen, der aber nicht beleuchtet war, also nur so, ja, sozusagen sonnuntergangsmäßig im schrägen Streulicht und da scheint es auch einen roten Fleck zu geben. Weil nach der Theorie, wo der rote Fleck herkommt, da muss es am Südpol auch einen roten Fleck geben und der rote Fleck auf beiden Polen, also diese roten Strukturen, also rötlichen Beläge, die gibt es auch auf anderen Himmelskörpern, das werde ich dann auch zeigen, die haben was mit der Entstehung von Leben zu tun. Und das ist der zweite Teil dieses Videos heute, da werde ich also nicht bloß über diesen Mond hier reden, sondern über diese rote Substanz. Und diese rote Substanz, die hat es in sich, also faszinierend. Na, ist sowieso alles faszinierend. Na gut, hier erstmal die etwas langweiligen Zahlen zu diesem Mond. Da gibt es also einen Haufen Zahlen hier, das ist das englische Wikipedia hier zu dem Mond Schaum. Und da sehen wir erstmal die Bahn um Pluto mit einem Durchmesser von 20.000, 19.500 Kilometern, also ein bisschen größer als der Durchmesser der Erde und ist also sehr dicht dran an Pluto. Und er braucht ungefähr sechs Stunden, wo haben wir es denn? Es steht hier auch Orbital Period, hier 6,3 Erdtage, also in sechs Tagen. Und die beiden Objekte, das sagt man auch gerade in der Animation, die sind gezeitenmäßig eingeloggt. Also beide Monde, Zwergplaneten, zeigen sich gegenseitig immer dieselbe Seite, so wie der Erdmond auch der Erde immer dieselbe Seite zuwendet. Und das geschieht im Laufe der Zeit, also zunächst mal rotieren die unabhängig voneinander und um sich herum. Aber durch die Deformation des Himmelskörpers, durch den Gravitationsgradienten, also beim Mond, durch das Gravitationsfeld der Erde, deformiert sich der Erdmond. Und das heißt, wenn er sich um sich selber drehen würde, also nicht gezeitenmäßig eingeloggt, dann würde er durchgewalkt werden, weil er ja immer in Richtung Erde langgezogen ist. Das heißt, das würde die ganze Zeit das Gestein so durchwalken, weil er immer ein bisschen länglich, so zigarrenförmig deformiert ist in Richtung Erde. Und nach einer Weile, das ist Reibung, dieses Durchnudeln, nach einer Weile entscheidet sich der Himmelskörper dazu, dass er sich immer langsamer dreht, also verliert Drehimpuls dann, gibt ihn auf die Erde oder auf die Gesamtbahn, auf das Gesamtsystem ab und wendet schließlich dem zentralen Himmelskörper nur noch eine Seite zu. Das sind die Gezeitenkräfte, die zu dieser Deformation und schließlich zum Stillstand, also immer in dieselbe Richtung gucken, zum Zentralkörper dazu führt. Und das ist hier bei beiden Systemen der Fall. Also hier ist auch der Zentralkörper, der Pluto, Wendet Charon immer dieselbe Seite zu. Ja, so eine ganz interessante Sache. Also es könnte der Erde dann in einigen, ja, vielen, vielen Milliarden Jahren dann auch passieren, dass also man immer nur auf einer Seite der Erde den Mond sieht. Na gut, also das wäre diese Sache. Was haben wir hier noch für Zahlen? Die Exzentrizität ist sehr gering, 0,0002, ist also ungefähr eine Kreisbahn des Mondes um Pluto. Sechs Tage ist die Rotationszeit, die ist dann natürlich identisch mit der Tageslänge auf Pluto. Weil es ja, guckt ja immer in dieselbe Richtung, das ganze System dreht sich alle sechs Tage. Und Pluto alleine dreht sich auch um sich selbst alle sechs Tage. Das heißt, die Tageslänge auf Pluto und auch auf dem Mond ist sechs Tage. Ja, so, dann haben wir hier noch einige Details hier zur Bahn, die brauchen wir nicht zu wissen. Der Durchmesser ist 600 Kilometer, also wenn er noch in der Ecke kleiner wäre, dann wäre er nicht mehr rund. Dann ist es ein Gesteinsbrocken und da überwiegt nicht mehr die Gravitation. Also wenn die Gravitationskraft, weil das hat was mit der Masse, der Größe des Himmelskörpers zu tun, wenn die überwiegt den inneren Kräften der chemischen Bindungen, dann zwingt es den Körper in eine runde Form. Die sind also kreisförmig. Wenn die Körper zu klein sind, dann reicht die Gravitation nicht, sondern dann überwiegen die chemischen Kräfte und dann ist es einfach eine irreguläre Form. Das gilt dann für kleinere Monde, auch des Pluto, sagen wir gleich ein, der ist dann keineswegs mehr eine Kugel. Aber hier, dieser größte Mond des Plutos, der ist immer noch kugelförmig und nur ganz wenig abgeflacht, weil er sich ja nur ganz langsam dreht. Ja, dann haben wir hier das Volumen, das ist natürlich eine Ecke kleiner als auf der Erde hier, 0,00086 mal die Erde. Und die Masse ist natürlich auch sehr viel kleiner. Die Dichte, die Dichte ist ein wichtiger Parameter, die ist größer als 1. Also schwimmen würde dieser Mond nicht, 1,7. Und da erklärt man sich das so, dass die Dichte zustande kommt, dass man also ziemlich viel Wassereis hat. Also da draußen gibt es jede Menge Wasser, werden wir noch sehen. Also jede Menge Wasser. Und wenn es unterirdisch ist, dann besteht auch die Möglichkeit, dass man unterirdische oder untermondische Meere hat. Ja, also das wird spekuliert auf vielen Monden, dass man unter der Eisoberfläche, das ist immer Wassereis, ganz häufig, dass man da unter See, unter, ja, irdisch heißt ja was mit Erde, also untermondische Ozeane hat, die warm sind, die werden geheizt durch radioaktiven Zerfall aus dem Inneren des Mondes, beziehungsweise auch Gezeitenkräfte, wenn es welche gibt. Hier nicht, hier muss man eine andere Heizung haben. Aber jedenfalls radioaktiv. Und dann wäre das flüssig, also warm. Und dann wird natürlich spekuliert, dass es da in solchen, so weit draußen von der Sonne, dass es da Ozeane gibt, die vielleicht eben thermonuklear, so durch radioaktive Zerfälle des Uran und Thorium, was es in diesen Silikatgesteinen dann auch gibt, genauso wie auf der Erde, dass das reicht, dass es eben die Eisschichten weiter Richtung Oberfläche dann aufschmilzt und dann hätte man über, Jahrmillionen oder Jahrmilliarden eben ein Warm-Ozean. Naja, und darüber gibt es eben auch Spekulationen auf Pluto, hatte ich ja gesagt, dass es da vielleicht einen Ozean gibt unter der Oberfläche, aber vielleicht auch nicht. Und hier ist das, das Ding ist zu klein, es ist sich ja eingefroren inzwischen. Aber vielleicht war es in der Frühphase mal so, dass wir einen Ozean hatten. Aber es gibt eben auch einen Haufen normale Silikatgesteine und deswegen die Dichte irgendwie ein bisschen größer als die Dichte von Wasser. Also 1,7. Ja, Gravitation ist ganz gering, 0,29 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist also, 9,81 ist ja auf der Erde. Das ist also weitaus mehr als ungefähr ein Faktor 30 weniger Gravitation. Da kann man also wirklich große Sprünge machen auf diesem Mond. Was haben wir sonst noch für Albedo? Das ist ein sehr dunkles Objekt, viel dunkler als die Erde. Temperatur. Ja, Temperatur bei Pluto war ja irgendwie 40, 50 Grad Kelvin, knapp über dem absoluten Nullpunkt. Und auch hier eben bitterlich kalt. Ja, das ist wirklich kalt da draußen. Das ist ja fast der letzte vernünftige Himmelskörper. Dann kommt nur noch der Kulpergürtel und dann noch weiter draußen die Ortsche Wolke. Aber da sind wir schon dann eigentlich nicht mehr, also schon noch das Sonnensystem, aber nicht mehr zugehörig zu den eigentlichen Systemen der Planeten. Also es ist sozusagen der letzte Außenposten hier, dieser Mond vom Pluto. Ja, und das war es. Das waren die wichtigsten Informationen, die es lohnt hier zu nennen. Also an Zahlen, Kennzahlen für diesen Mond des Pluto. Ja, und dann haben wir hier einen Film, den will ich mal starten. Mal sehen, ich hoffe, dass man den auch tatsächlich im Movie sehen kann. Das ist ein Überflug mit Bildern von diesem New Horizons. Hier sieht man erstmal, es ist am Äquator entlang, hier sieht man erstmal diesen gewaltigen Canyon, der sich quer über die beleuchtete Halbkugel, die unbeleuchtete konnte man ja nicht wirklich untersuchen. Sechs Tage, so lange ist New Horizons da nicht gewesen. Die ist da durchgeschnurrt, ja, mit einer hohen Geschwindigkeit. Hier sieht man also diesen gewaltigen Riss, der sich quer über den sichtbaren Bereich des Mondes zieht. Bei Einschlagkrater hier übrigens auch so ein Ding, was in der Mitte noch einen Berg hat. Und jetzt sehen wir hier diesen dunklen Fleck am Nordpol und am Südpol, soll es auch eingeben. Der Südpol war aber eben gerade nicht beleuchtet, da kann man nur indirekt aus so Streulichtanalysen was schließen. Und ich glaube, ja, hier sieht man jetzt nochmal ein paar von diesen Einschlagkratern. Und hier wieder so einen gewaltigen Riss von tausenden von Kilometern durch die Oberfläche. Und hier die etwas glattere Fläche mit aller Handkratern. Ja, das war so eine Animation von der NASA aus den Bildern von New Horizons. Ja, und hier nochmal eine sehr schöne, deutliche Darstellung aus dem Fotojournal von diesem gewaltigen roten Fleck. Also hier sieht er schwarz aus, eine schwarz-weiß-Aufnahme von diesem Fleck am Nordpol. Ja, ziemlich groß ist. Also er dehnt sich sogar noch weiter aus. Und das ist ein Belag. Ja, also man könnte sagen, dass der Mond Schimmel angesetzt hat. Auf Pluto gibt es diese rötlich eingefärbten Schichten auch. Aber da haben die Leute noch nicht so scharf drüber nachgedacht, was das wohl sein könnte. Ja, und dann gibt es eben in diesem gewaltigen Riss, und wie der entstanden sein könnte, das werden wir gleich diskutieren, da gibt es auch Erdrutsche. Und Erdrutsche, das finden die Leute immer sehr aufregend. Gibt es also extra, wie dieses Bild hier, solche Analysen von der NASA mit großen Pfeilen. Hier ein Erdrutsch. Ja, weil die Leute sind so, ich glaube, begeistert, wenn sie was finden, was so aussieht wie auf der Erde. Also ein Erdrutsch. Okay, also Landslide. Erd ist ja falsch, weil es nicht Erde ist, sondern Eis oder Geröll. Also jedenfalls solche Erdrutsche. Also hier, da wo die Pfeile hin sind, hier sieht man es ein bisschen deutlich. Hier ist also wirklich was runtergerutscht. Das sieht auch wirklich so aus. Da muss man schon sehr genau hingucken. Vielleicht sieht man es im Film gar nicht. Aber hier gibt es dann auch so eine vorderste Front, wo so das ganze Geröll dann zum Stoppen gekommen ist. Ja, da hat es also Erdrutsche. Und hier nochmal eine genauere Aufnahme. Ich muss ein bisschen zur Seite rücken. Hier hat es also, ja, ich hoffe, jetzt ist es wieder so groß, dass ich es selber schlecht sehen kann, weil ich zu dicht dran sitze. Aber hier haben wir eine 200 Meter dicke Landslide Deposit. Also so ein Teil des Hangs ist runtergerutscht und da hat sich unten so ein Deposit, eine Ablagerung gebildet, die 200 Meter dick ist. Und hier, ja, das sind so 15 Grad Neigung und sowas. Alles analysieren die anhand dieser Bilder, wenn es denn wirklich ein Erdrutsch ist, was das für ein Material sein könnte und was es eben für eine Festigkeit hat. Ja, und dann hier auch nochmal ein Bild. Also die Leute haben im Wesentlichen diese ganzen Aufnahmen der Kameras. Das sind im Wesentlichen eben Licht- oder Infrarotstrahlung, die analysiert werden. Und, ja, das kann man da analysieren und analysieren, aber man weiß ja nicht, was es ist. Man kann es nur aus den Infrarotabsorptionsmessungen vielleicht erschließen. Und hier das Grüne ist gefrorene Ammoniak. Und gefrorene Ammoniak, das steht in der Figurenunterschrift dieses Bildes hier von New Horizons, ist eine Seltenheit auf diesem Mond des Pluto. Und sie deuten damit an, oder ja, es ist deswegen interessant, weil es offenbar Änderungen gibt in der Zusammensetzung der Oberfläche. In bestimmten Regionen haben wir gefrorenen Ammoniak und in den meisten anderen Regionen, was bei Weitem das meiste ist, das ist hier dieser Krater hier, da haben wir Wassereis. Also das meiste auch hier da, wo nun nicht gerade so herausgeworfenes Material ist von so einem Einschlagkrater, da haben wir also dominant dieses normale Gestein und damit vermischt Wassereis. So ist die Atmosphäre, nicht die Atmosphäre, sondern die Oberfläche dieses Mondes hauptsächlich zusammengesetzt. Aber hier bei dem Organakrater, da ist sozusagen der Einschlag eines Meteoriten, ist sozusagen eine Testmethode, wie man die Zusammensetzung unter der unmittelbaren Oberfläche, wie man die Zusammensetzung da analysieren kann. Es wird rausgehauen und da kommt eben jede Menge Ammoniakeis zutage. Also auch hier, also Ammoniakeis und das ist was Spezielles, das findet man sonst nur, ich glaube, es ist jedenfalls ganz selten, wenn es nicht sogar der einzige Krater ist, der in sich selber, im Krater, aber auch im ausgeworfenen Material dann jede Menge Ammoniakeis enthält. Im Gegensatz zu dem ansonsten dominierenden Wassereis. Was man daraus schließen kann, wissen wir nicht. Aber diese Biester da draußen, die sind so kalt, dass sie alle möglichen Gase als Festkörper einsammeln, die sich da niederschlagen, die wir hier so nah an der Sonne eigentlich nur als Gase kennen. Da besteht also das feste Gestein sozusagen aus festem Stickstoff. Wassereis ist da sowas wie Beton, knallhart und auch feste Ammoniake. Ja, und festes Methan und festes Kohlenmonoxid haben wir auf Pluto dann auch gesehen. Ja, und hier nochmal eine genauere Analyse von diesem Riss. Da geht also so quer drüber, geht ein riesiger, gewaltiger, monstermäßiger Riss. Und hier ist der Riss nochmal vergrößert dargestellt und hier eine Höhenanalyse. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen zur Seite gehen. Hier haben wir also im Farbcode die Höhenlinien und Rot oder dieses Weiß oberhalb des Rotes, das ist nicht Schnee, also ist einfach nur eine Farbe, die die Höhe andeutet, sieben Meilen. Das heißt, der Höhenunterschied zwischen dem Boden dieses Grand Canyon hier und den Bergen hier, den höchsten, ist mehr als zehn Kilometer. Das ist also eine gewaltige Schlucht, die noch dazu eben sehr, sehr zig, eine hunderte von Kilometern breit ist. Oder 600 Kilometer ist ja der Durchmesser. Ja, also jedenfalls einige zehn oder hundert Kilometer breit ist hier ein riesiger Riss. Und wir haben ja da keine Erosion durch irgendwelche Flüsse oder sowas. Wahrscheinlich auch nicht zu Beginn des Sonnensystems hatten wir auch keine Flüsse da. Ja, also wie kann so ein riesiger Riss in der Planetenoberfläche entstanden sein? Ja, und hier gibt es den Text dazu, den will ich mal vorlesen. Ich habe den übersetzt oder übersetzen lassen von so einem Computerprogramm aus dem Englischen und dann ein bisschen zurecht gebastelt, dass man ihn überhaupt verstehen kann. Charons tektonische Landschaft zeigt, dass sich der Mond in seiner Vergangenheit irgendwie ausdehnte. Er ist expandiert und dann reißt es auf. Ja, kann man sich vorstellen, wenn es innen sich irgendwie aufbläht, ja, wie so ein Brot, was so ein Hefebrot, was so aufgeht, dann reißt es, ja. Deswegen, dann hat man sofort eine Idee, wie dieser große Grand Canyon entstanden sein könnte. Es ist aufgerissen, irgendwie ausdehnte und die Oberfläche zerbrach. Die äußere Schicht von Charons besteht hauptsächlich aus Wassereis. Hier steht es nochmal, ne, Infrarotdaten. Als der Mond jung war, wurde diese Schicht durch den Zerfall radioaktiver Elemente sowie durch Charons eigene innere Bildungswärme, das ist die Gravitationsenergie, die frei wird, wenn es sich zusammenballt, wurde erwärmt. Wissenschaftler sagen, dass Charon warm genug gewesen sein könnte, um das Wassereis in der Tiefe zum Schmelzen zu bringen und so einen unterirdischen Ozean entstehen zu lassen, in der Anfangsphase. Der kühlte dann natürlich ab, weil das Ding so klein ist. Je kleiner es ist, umso schneller kühlt es ab. Aber als Charon mit der Zeit abkühlte, ist dieser Ozean gefroren und wenn Wasser gefriert, dehnt es sich aus. Deswegen die Risse, so die Theorie. Gefroren und hat sich ausgedehnt, wie es passiert, wenn Wasser gefriert. Deswegen muss man im Winter immer Leitungen, die draußen sind, da muss man das Wasser ablassen, weil sie sonst platzen. Wodurch die Oberfläche nach außen expandierte und die massiven Schluchten entstanden sein könnten, muss man sagen, das sind Hypothesen. Aber irgendwie müssen diese Schluchten oder gerade diese riesige Super-Duper-Schlucht, die muss ja entstanden sein. Das heißt, der Mond hat bis zu einer ziemlichen Tiefe einen Haufen Wassergehalt, Wassereis. Denn nur Wasser hat diese Dichteanormalität, dass es sich so ausdehnt. Ja, und hier gibt es also Spektraldaten. Da habe ich mal hier dieses Bild von der Fotosammlung von der NASA genommen. Hier haben wir also die Wellenlänge zwischen 1,4 und 1,7 Mikrometern und haben hier blankes Eis. Also das kann man im Labor aufnehmen. Ist die weiße Linie, ist also eine charakteristische Form. Ist die Infrarot-Reflektivität oder Ausstrahlung von normalem Eis. Also wenn ich so einen Eiswürfel einfach hier auf der Erde habe. Und Hydra, das ist so ein winziger Mond hier. Der ist, glaube ich, der kleinste Mond von Pluto, noch weiter draußen von Pluto. Und der ist dann nicht mehr rund, weil er zu klein ist, habe ich ja gerade erklärt. Der ist aber ganz hell, ist ganz weiß. Der besteht aus Wassereis, zumindest an der Oberfläche. Also da draußen ist jede Menge Wasser. Und wenn der Himmelskörper ein bisschen größer ist und es ist ein bisschen weiter unten, dann ist es vielleicht warm und dann ist das Wasser flüssig. Und das Biest hier hat eben auch jede Menge Wasser. Das heißt, wenn wir hier von dem Mond hier in diesem Spektralbereich eine Analyse der Wellenlänge machen, sehen wir eine Spektralform, die sehr ähnlich ist dem Laboreis, also der Labormessung von Wassereis. Und daraus schließen die Leute, dass da ein großer Anteil in der Oberfläche ist von Wassereis. Genauso wie bei diesem sehr kleinen Mond hier. Es hat ja mehrere Monde das Plutosystem von diesem sehr kleinen Mond hier. Ja, ich lese mal hier das vor. The surface of Hydra, Hydra, Plutos' outermost small moon, also der am weitesten draußen liegende kleine Mond, is dominated by nearly pristine water ice. Also fast reines Wassereis. Confirming hints that scientists picked up in New Horizons images showing Hydra's highly reflective surface. Also dass das Ding so weiß ist, da war man der Meinung, das könnte also Wassereis sein, kann natürlich auch Stickstoffeis sein, ist auch weiß. Aber die Infrarot-Daten sagen, es ist Wassereis. Also deswegen auch die Idee, dass die Erde, nachdem sie ein bisschen abgekühlt ist, eben das ganze Wasser eigentlich durch Einschläge von Meteoriten oder Kometen oder Asteroiden bekommen hat, die von weiter draußen aus dem Sonnensystems dann auf Kollisionskurs mit der Erde dann reingeflogen kamen. Also das ist diese Idee, wo das Wasser auf der Erde eigentlich herkommt. Weil zunächst war die Erde so rot glühend und hatte zumindest an der Oberfläche überhaupt gar kein Wasser, das ist alles weggedampft. Gut, und hier kommt, das ist die Quelle dieses Wassers. Aber der rote Fleck, das ist kein Wasser, das ist irgendwas anderes. Ja, und hier haben sie dann nochmal, also ich fand das Bild eigentlich schön, wo die Aussage hält sich so ein bisschen in Grenzen. Hier ist ein Vergleich von Oberflächen von Pluto und von Charon. Und wir haben hier Sputnik Planum, das ist dieser Einschlagkrater, der sich mit diesem Stickstoffeis gefüllt hat, was immer noch plastisch in Bewegung ist und diese Konvektionszellen hier aufweist und dann schwimmen da kleine Eisberge aus Wassereis drauf rum. Also schwimmen, die sind eben leichter wegen der Dichteranomalie. Und hier haben wir dann Charon Vulcan Planum, das ist im Süden, da steht jetzt nicht, wo es ist, aber es ist ein bisschen im Süden, da wo es ein bisschen glatter aussah. Und da haben wir eigentlich auch eine glatte Oberfläche und weiter links ist es sogar sehr glatt mit aller Hand, so Rinkels, also so zerknittert sozusagen und auch ein Grabenbruch, Einschlagkrater und hier also pittet, also mit lauter so merkwürdigen Löchern. Und die haben wir an bestimmten Regionen auf Pluto auch gesehen und da ist man der Meinung, das ist eine Sublimationsstruktur. Das heißt hier sublimiert etwas, verdampft, also aus der festen Phase, Wassereis in dem Fall, und kondensiert wieder und da bilden sich solche Löcher. So, ja, hier eben diese Rauigkeit. Ich kann mal den Text vorlesen. As well as featuring impact craters and sinus troughs, also es gibt also auf Pluto hier diese Einschlagkrater in der Wassereisoberfläche, als auch diese, ja, diese langen Grabenbrüche. The water-ice-rich plains, also diese Ebene hier von Charon, ist also wassereisreich. Display a range of surface textures. Es gibt also viele verschiedene Oberflächenstrukturen, die interessant sind, from smooth and grooved, von glatt und leicht, ja, eingekerbt, at left, auf der linken Seite, to pitted and humoky at right, also hier so eben so merkwürdige Strukturen auf der rechten Seite. Ja, und die Forscher versuchen also, diese Oberflächenstrukturen auf diesem Mond ähnlich wie auf Pluto zu verstehen, weil so viele Himmelskörper gibt es nicht, die solche merkwürdigen Oberflächenstrukturen zeigen. Und eigentlich dachte man, da draußen gibt es nichts Interessantes. Und da findet man auch plötzlich so eine Vielfalt von Strukturen. Ja, und dann gibt es eben Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie der Mond wohl von innen aussehen mag. Beim Pluto gab es ja die Hypothese, dass es auch heute noch da einen flüssigen Ozean in einer bestimmten Tiefe gibt. Und hier sehen wir jetzt so ein Bild. Es gibt mehrere solche Bilder mit verschiedenen inneren Aufbau. Man weiß es nicht, man kann ja nur Theorien aufbauen. Es gibt also eine Kruste und auch in der Kruste ist Silikat, also einfach Gesteinskrümel. Und das ist ein bisschen komisch, weil wenn der Mond sich so weit erhitzt hätte in seiner Entstehungsphase, dass er sich differenziert hätte, also wenn das Wasser einfach geschmolzen wäre, dann wäre das Silikat, die Krümel, die wären runtergekrümelt und hätten einen ganz normalen Kern, wie man ihn auch in den Gasriesen vermutet, einen erdähnlichen Kern gebildet. Aber dazu muss eben ordentlich warm werden zu irgendeinem Zeitpunkt, dass das so runterrieseln kann. Differenziert ist es aber nicht. Also hier draußen haben wir auch Silikate. Im Mantel haben wir kristallines Wassereis, der 140 Kilometer durchmessend ist. Und dann gibt es hier noch ein Ammonia-Dihydrate-Eis, also es ist eine Mischung aus Wasser und Ammoniak. Eine Mischung dieses Eises vermutet man. Und dann gibt es aber doch einen Kern, was auf eine Differenzierung hindeutet, hauptsächlich aus Gestein. Also Silikat steht hier. Und dann gibt es eben ein zweites Modell, wo wir also sehr viel mehr, 58 Prozent, also hier nur ein Prozent des Silikats, besteht aus Krümel, also weitestgehend differenziert. Es gibt also einen kompakten Gesteinskern. Und hier wäre mehr als die Hälfte Krümel, also die Krümel, aus denen in der Aggressionsscheibe die ganzen Himmelskörper ursprünglich entstanden sind. Hier wäre also die Differenzierung bei weitem nicht so weit fortgeschritten. Da ist die Kruste, ist ungefähr genauso dick, besteht aus demselben, aber der Mantel, 230 Kilometer kristallines Wassereis und Silikat. Und dann gibt es tiefer unten, hier nur eine ganz dünne Lage aus dem merkwürdigen Ammonia-Dihydrate-Eis und Silikat. Krüme sind da auch eingelagert und der Kern ist ja ein bisschen kleiner, ein Silikankern. Na gut, die beiden Modelle unterscheiden sich jetzt nicht so stark. Beide nehmen nicht an, dass es heute einen flüssigen Ozean gibt und beide nehmen an, dass die Differenzierung, also dass also das schwerere Gestein sich wirklich im Zentrum gesammelt hat und außen sind dann nur diese leichteren Eisarten, dass das eben nur zum Teil geschehen ist. Ja, also die Differenzierung ist bei diesem Himmelskörper nicht wirklich eingetreten. Und wenn wir noch viel leichtere Himmelskörper, als zum Beispiel des Kulpergürtels anschauen, die bestehen nur aus diesen Gesteinskrümeln und das ist einfach eine homogene Mischung dann aus Eis und Gestein und alles zusammengekrümelt und locker gebunden durch die viel zu schwache Gravitation. Also kein Aufschmelzen und Differenzieren. Ja, und es gibt zwei Modelle und die werde ich jetzt mal vorlesen. Das ist ein Text aus dem Englischen. Das habe ich jetzt dann hier auch wieder übersetzt. Ein bisschen holprig. Und zwar gibt es das Kaltstart und das Heißstartmodell. Und da geht es eigentlich schon darum, wie überhaupt das Sonnensystem entstanden sein könnte. Ja, also wie dann natürlich auch die inneren Planeten entstanden sein könnten, aber auch diese Objekte so weit draußen. Ja, und da gibt es erstmal ein Heißstartmodell. Dem Heißstartmodell zufolge bildete sich Charon schon schnell, innerhalb von etwa 10 hoch 4 Jahren, nach 10.000 Jahren, das ist ganz kurz, aus der zirkumplanetären Scheibe des Pluto. Also es gab dann so eine Krümelscheibe um Pluto herum. Die rasche Bildung verhinderte, dass die Hitze während des Bildungsprozesses abstrahlt. Also es hat sich zusammengeballt, gravitationsmäßig und schmolz auf. Und abkühlen konnte sich der Körper in der kurzen Zeit nicht. Also ein großer Körper. Was zum teilweise schmelzenden äußeren Schichten von Charon führte. Allerdings reichte es nicht für eine vollständige Differenzierung aus, sodass die Kruste beim Gefrieren einen Teil ihres Silikatgehalts behielt. Weil man findet an der Oberfläche eben Silikatkrümel. Während oder kurz nach der Aggression von Charon bildete sich ein flüssiger Ozean unter der Oberfläche, der etwa 2 Milliarden Jahre lang bestehen blieb. Ja, wenn er ein bisschen größer ist, dann wäre, wenn es richtig ist, dass es sich so gebildet hat und es wirklich in der Anfangsphase diesen Ozean gab, ein bisschen größer, dann wäre er heute noch da. Also das ist ja die Idee, dass Pluto vielleicht auch noch einen flüssigen Ozean hat. Wobei, es ist eben so kalt da draußen und so groß sind die Himmelskörper nicht, dass man doch große Zweifel hat. Aber bei anderen Himmelskörpern weiter drin, da denkt man, da gibt es unterirdische Ozeane. Ja, bestehen blieb. Bevor er gefroren. Und die radiogene Hitzeausschauungskern, das ist die zweite Energiequelle neben der Gravitation selber, könnte dann einen zweiten unterirdischen Ozean aufschmelzen. Also das friert erstmal fest und dann bildet sich aber immer mehr radioaktive Wärme, also durch radioaktive Zerfälle und dann würde es nochmal aufschmelzen, zweites Mal, ja. Aufschmelzen, der aus einer eutektischen Wasser-Ammoniak-Mischung bestand. Also nicht ein Wassereis-Ozean, sondern mit Ammoniak-Anteil. Bevor dieser ebenfalls gefroren, was möglicherweise die Bildung von Kubrick-Mons, das ist so eine Struktur da, so ein Berg, und anderen ähnlichen Strukturen bewirkte. Diese Gefrierzyklen, zwei Stück, könnten Charon um mehr als 20 Kilometer vergrößert haben, weil das Wassereis ja expandiert beim Einfrieren, was zur Bildung der komplexen tektonischen Merkmale geführt haben könnte, wie Serenity, Chasma und Otz Terra. Ja, die hatte ich das, also muss man nachgucken, was das war. Ich wollte jetzt nicht schon wieder ein Bild zeigen von dem Mond, wo das nun genau ist, aber es geht eben um diese großen Risse und auch um die anderen Berge. Also zweimal bildet sich ein Ozean aus Wassereis und dann aus dieser Mischung aus Wassereis und gefrorenem Ammoniak, was aufschmilzt. Und dann expandiert das ganze Biest um 20 Kilometer. Aber der große Riss, den ich am Anfang näher beschrieben hatte, der quer über die Diagonale des beleuchteten Teils des Mondes geht, der könnte schon dadurch entstanden sein, dass irgendwie da drin ein flüssiger Ozean war, aus Wassereis oder jedenfalls hauptsächlich Wassereis, das dann gefroren ist und dann expandiert ist, weil das Eis ein größeres Volumen hat als die gleiche Menge an Flüssigkeit und dadurch entstand dieser riesige Riss. Also das erscheint mir ziemlich plausibel, ob es nun wirklich zwei Gefrierzyklen waren, das ist ja das Heißstartmodell hier, das sei dahingestellt. Aber jedenfalls also gewaltig. Der ganze Mond dehnt sich aus, weil innen drin das Wasser gefriert. Und das bewirkt diese Risse. Gut, es gibt ein Heißstartmodell, das habe ich gerade vorgelesen, aber dann gibt es natürlich auch ein Kaltstartmodell. Das Kaltstartmodell kommt ohne unterirdischen Ozean aus, jedenfalls zu Beginn. Charon könnte bei seiner Entstehung homogen und poröser gewesen sein, also einfach ein Krümelmonster, so wie die anderen kleineren Objekte im Kuipergürtel. Charon erwärmt sich, später erwärmte sich durch die radiogene Erwärmung und die Serpentinisierung. Das ist so eine chemische Reaktion mit Gestein, da wird auch Energie frei. Es folgt eine Phase der Kontraktion, die größtenteils durch die Verdichtung im Inneren vom Charon verursacht wird. Also das Krümelmonster wird zusammengepresst, durch die eigene Gravitation, auch durch die Hitze und dadurch wird er erstmal kleiner. Wir haben da also eine Schrumpfung im Gegensatz zur Expansion. Ja, ungefähr 100 bis 200 Millionen Jahre entsteht ein unterirdischer Ozean, also deutlich verzögert als im Heißstaat, was zu einer schnellen Differenzierung, weiteren Kontraktionen und Hydratisierung der Kerngesteine führt. Also der Wasser, die Wasserkomponente schmilzt auf, eben durch diese frei werdende Energie. Es kommt zu einer weiteren Kompaktisierung, dadurch wird noch mehr Energie frei, Gravitationsenergie und er zieht sich zusammen. Trotz dieses Schmelzens bleibt auf Charon eine unberührte Küste aus amorphen Wassereis zurück. Die Differenzierung setzt sich vor. Da haben wir eine Differenzierung, innen drin Gesteinskern, außerdem die leichteren Substanzen. Der Kern kann jedoch kein weiteres Wasser mehr aufnehmen und es beginnt das Gefrieren an der Basis von Charons Mantel. Also jetzt friert das flüssige Wasser wieder ein. Das Gefrieren führt zu einer Expansionsphase, bis Charons Kern warm genug wird, damit wieder eine Verdichtung beginnt und es zu einer letzten Kontraktionsphase kommt. Serenity Chasma, also das sind diese großen Schluchten, könnte sich in der Expansionsepisode gebildet haben. Also braucht man eine Expansion für diesen riesigen Tiefenriss in der Oberfläche. Während die letzte Kontraktionsepisode möglicherweise zu den bogenförmigen Graden geführt hat, die in der Mordor-Makula, Strukturen nahe des Nordpols, beobachtet wurden. Also beide Modelle, Heißstart und Kaltstart, ja also Kaltstart heißt, wir hatten keinen flüssigen Ozean am Anfang, aber dann hat sich doch einer gebildet. Die nehmen an, es zieht sich zusammen, expandiert wieder, zieht sich zusammen in diesen verschiedenen Verdichtungs- und wieder Einfrierexpansionsphasen eigentlich. Also das sind zwei Modelle, die sich dadurch unterscheiden, eben Kalt- und Heißstart, dass es im Kaltstartmodell zu Beginn keinen flüssigen Ozean gegeben hat. Und dass das Ding also wesentlich lockerer erst mal gebunden war. Ja, das sind also Versuche, die merkwürdigen Oberflächenstrukturen, insbesondere auch diesen Riesenriss, aber dann gibt es noch weitere Risse und aber auch Grate, die sich so hoch gebeugt haben, was ja eigentlich auf eine Kontraktion hindeutet, um das alles zu erklären. Ja, kann man drüber nachdenken denken. Auf jeden Fall dafür, dass es irgendeine Eiskugel am Ende der Welt ist oder am Ende unseres Sonnensystems, ist das schon ein ganz schön interessantes Ding. Aber es geht natürlich um sehr große, lange Zeiträume. Hier also nochmal ein Bild. Und hier in der Nähe des Nordpols, das war gerade im Kaltstartmodell, da gibt es diese Mordor-Makula, Strukturen nahe dem Nordpol. Da geht es hier um solche, also hochgebogenen Gebirge, die darauf hindeuten, dass es sich auch mal zusammengezogen haben muss. Ja, aber jetzt im letzten Teil meines Videos möchte ich auf diese rote Kappe eingehen. Diese rötlichen Beläge gibt es eben auch auf anderen Himmelskörpern. Ja, das sind Tolline oder Tollin. Tollin ist eine Substanz, es ist ein Gemisch von organischen Kohlenwasserstoffen. Ja, also Kohlenwasserstoffe und vielleicht noch ein paar andere Sachen reingemischt. Und diese Tolline gibt es da draußen jede Menge. Und die Leute haben 1953 hier diese Tolline im Labor erzeugt. Ich glaube, da hießen die aber noch nicht so. Und zwar hat sich hier ein Herr Müller, das ist ein Paper, auf das eben auf einer dieser Analysen vom roten Fleck von diesem Charon verwiesen wurde, die haben sich Gedanken gemacht, wie in der frühen Erde organische Substanzen denn überhaupt, also Bausteine des Lebens, entstanden sein könnte. Und das ist hier von dieser University of Chicago von 1953 eines der ersten Experimente. Und da bildete sie sich in so einem Glaskolben, das machen die Chemiker, die arbeiten immer mit so Glaskolben, da machen da was Heißgrüns wieder ab und so. Vielleicht haben sie noch eine elektrische Entladung, in dem Fall schon, also einen elektrischen Blitz. Und dann wurde es auf einmal rot. Genauso rot wie die rote Kappe von Charon. Ja, und das ist eben die Idee. Also Wasserstoff, Methan, Wasserdampf und Ammoniak. Haben wir jetzt alles? Ja. Und Carbon, also instead of Carbon Dinosight. Genau. Also es geht darum, wie die Atmosphäre, also gasförmig, also nicht fest, zusammengesetzt war. Und da muss man noch Energie zuführen. Also UV-Licht von der Sonne und vielleicht auch noch Blitze. In order to test this hypothesis, also um diese Hypothese zu testen, ein Apparatus was built to circulate. Methan, Ammoniak und Wasserdampf und H2, also Wasserstoff, Pass and Electric Discharge. Also sie haben eine Apparatur gebaut, wo das so ein bisschen zyklete, also so rumgeführt wurde, wurde auch abgekühlt, erhitzt. Aber im Wesentlichen gab es auch eine elektrische Entladung. Das ist die Apparatur. Hier haben wir diese kleine Entladungsröhme. Das Gas wurde hier so rumgeführt und dann wurde es auch abgekühlt und es bildete sich, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ich glaube unten, bildete sich ein Niederschlag. During the run, während das lief, the water in the flask, also da gibt es irgendwo Wasser, also ich weiß nicht, das war nicht da oben, das war glaube ich da unten, das Wasser in dem Gefäß became noticeably pink after the first day. Es wurde also pink, also rosa. Nach dem ersten Tag und by the end of the week, nach einer Woche, the solution was deep red and trüb. Die wurde trüb, die Solution, das waren Silikate, die sich da gebildet haben, steht da jedenfalls. Und sie wurde jedenfalls deep red, also rot. Und das ist Tollin, also dieses spezielle Gemisch hier, was dann wohl auch, das ist die Meinung, dasselbe Zeug ist oder chemisch zumindest sehr ähnlich wie das, was wir da auf dem Mond am Nordpol haben. Und dann haben die das 1953 noch weiter analysiert, hier mit so einer speziellen Trennmethode, durch die Funktion wirkt das, da kann man wesentlich die Größe der Moleküle unterscheiden. Und sie wissen ungefähr die Eigenschaften von so Aminosäuren und sie finden hier Beta und Alpha Alanin, dann haben wir hier Glycin und da Aspargid Acid, also das sind zum Teil Aminosäuren. Hier Alpha Amino M Butyric Acid, auch eine Aminosäure. Und A und B sind nicht klar zuordnungsbar. Aber ein Haufen Zeug, was man eben heute zuordnen würde, als die Urbausteine des Lebens. Entstanden im Labor aus ganz einfachen Gasen, die man auch draußen im Sonnensystem findet, und Energiezufuhr, in diesem Fall in Form einer elektrischen Entladung. Ja, und dann gibt es Leute, die sich darüber Gedanken machen, wieso das nun gerade am Nordpol und wahrscheinlich auch am Südpol von diesem Mond, des Pluto, in solcher großen Menge sich angehäuft hat. So groß ist die Menge gar nicht, damit es rötlich wird, reichen so ein paar Mikrometer oder ja, Mikrometer eigentlich als Belag. Und das Nature-Artikel hier, wir machen Sprung von 1953 nach 2016 hier, The Formation of Chiron's Red Poles, beide Pole sind rot, so die Meinung, also der unbeleuchtete Pole ist ein bisschen indirekter, die Information, from Seasonally Cold Trap Volatiles. Also sie meinen, dass sich irgendwie in der Nähe von Pluto, also Ausgangspunkt dieser Gase ist Pluto, dass da eben Gase verdampfen und dann haben wir unterwegs auf dem Weg zu dem Mond, der ja auch ein Gravitationszentrum ist, da haben wir also alle möglichen Energiezuführungen. Also Sonnenlicht und ja, also Blitze gibt es eigentlich auch nicht, aber jedenfalls Energie. Und das sind hier eine Menge Autoren, die hier daran beteiligt sind, an diesem Nature Letter. Aber sie sagen, dass dann eben im Winter, sie hat auch Jahreszeiten, ja, es gibt also am Nordpol eine Phase, wo es dann eben eine ganze Weile dunkel ist und dann ist es wieder hell, dass sich dann da, dass sich dann da eben das so kalt wird, dass sich alle Gase da kondensieren, am Nordpol und dann in der anderen Jahreszeit am Südpol und dann wird es wieder beleuchtet, dann verdampfen die leicht flüchtigen Gase, aber diese Tollin-Substanz, dieses Substanzgemisch bleibt zurück und dadurch reichert es sich an. Also so eine Art Destillation. Ja und sie messen hier also auch, also das ist ein Bild aus diesem Nature Letter, das will ich jetzt hier nicht im Detail durchgehen, den Haufen Daten, aber hier gibt es also wieder eine Spektralanalyse im Wellenengenbereich zwischen 400 und 1000 Nanometern im Sichtbaren und da meinen sie also, dass man das hier sehr schön mit einer Mischung aus Tollin und aus Silikatgestein und Wassereis kann man das verstehen, also im Wesentlichen aus Silikatgestein und eben Tollin und das kann man hier sehr schön, kann man das also verstehen und das hier ist der Anteil des reflektierten Lichtes. Das heißt, das ist eigentlich sowas wie eine genaue Analyse der Farbe und die passt eben zu diesem Gemisch aus, ja das sind organische Verbindungen, die da draußen aus dem Nichts entstehen. Ja da ist dann schon die Idee, dass da draußen eben ja sozusagen die Ur-Substanz des Lebens entstanden ist, also die Bausteine, aus denen dann unter den lebensfreundlicheren Bedingungen weiter innen im Sonnensystem Leben entstanden sein könnte. Ja, und das ist hier auch wieder ein Bild, diesmal aus Wikipedia, das gibt es auch im deutschen Wikipedia, das ist aus dem englischen hier, dass wir also molekularen Stickstoff und Methan haben, Sonnenlicht und energiereiche Partikel, also kosmische Strahlung oder den Sonnenwind. Dann haben wir Ionisation und Dissoziation, also Zerbrechen dieser Moleküle, dann entstehen hier diese Bruchstücke und dann bildet sich Benzol, hier C6H6 und andere komplexe organische Moleküle mit einer Größe bis 350 Dalton, das ist so eine Molekülgröße und dann geht es weiter mit negativen organischen Ionen, da müssen auch ionisiert sein, das fördert irgendwie das Wachstum von noch größeren Molekülen bis 8000 Dalton, also kommen wir schon schwer in den organischen Bereich und dann bilden sich Toline und das geschieht hier auf Titan und Titan ist ein Mond, ja und den besprechen wir dann aber nochmal extra und auf diesem Mond Titan, da gibt es eben auch Seen und Flüsse, aber nicht aus Wasser und auch nicht aus Stickstoff, sondern nochmal aus einer anderen Substanz, ja also die Monde sind wirklich interessant, ja also so diese Toline, ja und das ist natürlich Licht auf der Hand, dann ist das Leben entstanden da draußen unter diesen extremen Bedingungen, bitterkalt, aber immerhin UV-Strahlung und dann diese kosmische Strahlung und dann bildeten sich aus ganz harmlosen, anorganischen Ausgangssubstanzen doch komplexe organische Moleküle und die sind dann vielleicht irgendwie mit Asteroiden bis zur Erde transportiert worden und dort unter, in den Ozeanen, da haben sich dann eben Lebewesen gebildet, das heißt das Leben, die Bausteine für das Leben kommen von da draußen, so die Idee. Einige Forscher, einige Forscher, also nicht alle, haben spekuliert, dass die Erde zu Beginn ihrer Entwicklung durch Tolin-reiche Kometen mit organischen Verbindungen versorgt worden sein könnte, die denen für die Entwicklung von Leben notwendigen Rohstoff lieferten. Tolin kommt auf der heutigen Erde aufgrund der oxidierenden Eigenschaften nicht mehr vor, also Sauerstoff verbrennt sie einfach, nach einer Weile ist einfach weg. Laborexperimente deuten darauf hin, dass Tolin in der Nähe großer Puls flüssigem Wasser, Wassers, die über tausende von Jahren bestehen bleiben könnten, auf der Erde jetzt, die Bildung präbiotischer Chemie erleichtern könnten und Auswirkungen auf die Entstehung des Lebens auf der Erde und anderer Planeten haben könnte. Also Tolin, der rote Fleck von Charon, als Quelle des Lebens, also sozusagen Baustofflieferant. Auf der Erde ist eine Vielzahl von Bodenbakterien in der Lage, im Labor hergestellte Toline als einzige Kohlenstoffquelle zu nutzen. Die können sich davon ernähren, also die kennen das, diese Bakterien. Toline könnten die erste mikrobielle Nahrung für Heterotrophe, Mikroorganismen gewesen sein, bevor sich die Autotrophie entwickelt. Autotrophie heißt, dass ich direkt aus Sonnenlicht Nahrungsmittel erzeugen kann. Ich muss also nicht irgendwas anderes fressen oder verspeisen. Aber so kann es ja nicht losgegangen sein. Die Photosynthese gab es ja noch nie am Anfang, sondern sie meinen, dass diese Toline vielleicht der Energielieferant, also die Nahrung, für solche ganz frühen Lebewesen gewesen sein könnte. Also die Quelle, sozusagen die Ausgangsbasis für die Bildung von Organismen. Wenn dem so ist, dann müsste es aber eigentlich, weil die Toline gibt es überall da draußen, ist alles möglich, saurot, dann müsste es ja eigentlich überall, wo es nur warm genug war und flüssiges Wasser brauchen wir vielleicht auch, also überall da, wo es in der Frühphase des Sonnensystems flüssiges Wasser gab, zum Beispiel auf dem Mars oder vielleicht auch auf der Venus, muss es ja dann zur Entstehung von ganz einfachen, frühen Lebewesen gekommen sein. So die Meinung. Ja, dann gibt es also doch auf dem Mars irgendwelche, ja, in diesem Eis eingefrorene und konservierte, ja, Mikrolebewesen. Deutet, ja, sie ist ziemlich plausibel. Ja, und hier haben wir Europa, Mondes, Jupiter, also viel dichter an der Sonne. Das ist auch so eine Eiskugel und man vermutet unter dieser Eisoberfläche, die auch diese lustigen Risse hat, das sind auch so Doppelrisse hier, die hatten wir ja auf Pluto auch, solche sieht aus, als wäre es so eine Fahrspur von so einem Trecker auf dem Feld, ja, das ist so doppelt, aber das Wassereis, was wir hier sehen und überall diese roten Schlieren und das sind auch, ist auch Tollin oder Tolline, also ein Substanzgemisch, gibt es da also auch. Fantastisches Bild und das müssen wir uns dann noch näher angucken. Es ist ein anderer Mond, den müssen wir näher durchsprechen und da will, ich glaube nach Europa und da gibt es noch einen, da wollen die auch eine Sonde hinfahren, die dann auch bohren. Da will man natürlich durchbohren und gucken, ob da unten flüssiges Wasser ist. Faszinierend. Ja, liebe Leute, das war jetzt das Pluto-Geron-System, heute dieses Video nur um diesen Mond des Pluto, sehr interessant, der also sich ausgedehnt hat, weil er einen unterirdischen Ozean hatte, also es erscheint mir recht plausibel, und dadurch diesen gewaltigen, quer über die Kugel laufenden, ja Kenyon oder Riss bekommen hat und noch eine ganze Menge andere Risse, weil er sich ausgedehnt hat. Das wäre ja eigentlich doch ein starker Hinweis, dass diese Objekte zumindest früher mal flüssige Ozeane hatten und wenn die größer sind oder eine andere Heizung durch Gezeitenkräfte bei Europa jetzt, dann könnten sie auch heute noch einen unterirdischen Ozean haben. Auf jeden Fall, da draußen gibt es jede Menge Wassereis und jede Menge von diesem roten Zeug, was die Ursubstanz des Lebens ist, also so ein Gemisch aus organischen Verbindungen. Und das haben wir jetzt von Pluto und Charon gelernt. Eigentlich will man da hin und mal ein paar Fotos machen. Ist ein sehr schönes Touristenziel, nur man ist eben selbst mit der schnellsten Sonde oder einer der schnellsten Sonden nach da draußen auf dem direkten Weg, also ohne diese Flybys, was ja noch mehr Zeit kostet, da ist man zehn Jahre unterwegs. Ja, das wäre jetzt für mich ein bisschen zu lange. Na gut, ja, aber faszinierend da draußen. Ja, jetzt geht es weiter mit anderen Monden. Ich muss mal gucken, was ich als nächsten Mond durchspreche. Also Europa wäre zum Beispiel auch eine Idee. Und da gibt es noch einen Mond, der heißt so ähnlich wie so ein mexikanisches Gericht, Enchilada, glaube ich, oder ja so ähnlich. Der hat auch Risse und da dampft es raus. Und der Dampf enthält auch, ich glaube, organische Substanzen. Da muss ich nochmal recherchieren, was der aktuelle Stand der Forschung ist. Gut, das also für jetzt unseren Außenposten vom Sonnensystem. Und dann geht es weiter. Ich glaube doch, wir gehen erstmal weiter raus in den Kulpa-Gürtel und dann kommen die ganzen Monde. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.